Na? Hast du mich vermisst? Oder die Kisten? Ich nicht. Ich finde, es wird Zeit, dass jeder seinen Weg geht. Ne? Achso, ich muss noch Kies kaufen. 20 Stück in der Zahl. Ja, es wird Zeit. Ich möchte gerne unter 200 bleiben, aber ich glaube, mit dieser Folge... ...werden wir das brechen? Ich bin mir nicht ganz sicher, ich weiß es nicht genau. Ich habe immer noch so zwei, drei Folgen mal auf der hohen Kante. Nächste. Kann ich täglich einen Case Opening bringen? Du Hund. Kann ich täglich einen Case Opening bringen? Ja. Komm mal, wir müssen uns das nur vorstellen, wie das da gleich reinkommt. Wobei, man muss sagen... Ne, Moment, das stimmt ja gar nicht. Ich wollte gerade sagen, wir kriegen das immer nur dann, wenn wir nicht glauben, dass es kommt. Aber ich habe das ja sogar... Ich sage es fast bei jeder Case, aber ich habe es ja sogar mit Ansage gemacht. Ich habe ja gesagt, imagine, jetzt kommt das in der letzten Kiste, bla bla. Und das war halt die vorletzte Kiste, das gilt. Als Ansage. Deswegen. Wir müssen einfach nur Glück haben. So schlecht kann das ja wohl nicht sein, oder was? So. Ich habe Kekskrümmel im Mund. Das, äh, Hafer... Hafer-Cookies. Siehste. Die Leute, die saßen... Ist das FN? Oh, das ist gar nicht so schlecht, oder? Der Skin ist bestimmt recht beliebt, so 3, 4 Euro, oder was? 3,60 Euro. Ich bin aber auch richtig krass unterwegs, ne? Mit meinen Calls, so. No. Okay. Sim, salabim. Das Knife... Kommt drin. Und ich glaube, ich spinne. Okay. Ich dachte, mit den Bars wird das funktionieren, ey. Belastend. Oh, ich will nicht, dass wir über 300 Kisten oder so einen Scheiß brauchen. Ich dachte, das... Ich dachte, Game ist auf unserer Seite, ja? Die Serie hat Hand... Star Trek F! Und das ist... Nein! Ich hab erst hier geguckt. Und dann hab ich das gesehen. Und dann hab ich das gesehen. Aber es ist Dead Trek. Es ist seltener als Knife! Das könntest du doch nicht machen! Und dann in den... Was ist das? Viel testen, wenn wir Glück haben? Oh. Das war aber knapp. Aber es ist viel testet. Oh, komm mal, Bruder. Es ist seltener als Knife. 77 Euro. Es ist seltener als Knife. Nein! Gib mir doch heute das goldene Symbol! No way! Das kannst du doch nicht machen! Da kommt die... Also wenn sie FN gewesen wäre, dann Sacre bleu. Ja, dann wäre ich aber immer sowas von kreuz und quer gehopst. Aber... Ähm... Oh, ist das schade. Oh, ist das schade. Also es ist gut, natürlich, ja? Aber come on! Natürlich hätten wir das Knife gewollt. Wenn es Dead of N gewesen wäre, dann... Natürlich wäre es... Ich meine, er hätte mich nicht beschwert, so. Ähm... Aber viel testet... Brach! Und so knapp an Minimal Wear. Aber das... Das Knife könnte jetzt diese Folge zusätzlich noch kommen, oder? Das war wie bei der Prisma eigentlich. Oder? Okay, okay. Da haben wir nochmal ein Purple Skin. Stead Track... Ein Stead Track Red Skin, ey. Seltener als ein Knife. Hätten wir mal vor, die Regel festgesetzt. Bei einem Stead Track Red Skin darf man auch weitergehen. Aber nein! Dadurch muss ich ja schon wieder sagen, wenn Gold kommt, ne? Naja. Immerhin ein Highlight. Ne? Auf jeden Fall. Und es ist noch nicht vorbei. Es ist noch nicht vorbei. Wir haben noch vier Kisten und Keys. Ich glaube, wenn wir ein Knife bekommen, wird es ein Stead Track Knife. Die Horizon, die sagt mir, die ist da für Stead Racks. Ja? Also Knife, Stead Track Knife. Let's go. Letzten drei an der Zahl hier. Come on. Das ist ja so ein nicer Abschluss, wenn wir jetzt noch ein Knife kriegen. Dann sind wir, glaube ich, so um die 200 Kisten. Das ist okay. Immer noch unterm Durchschnitt. Wir fühlen uns gut. Mit dem Stead Track Red Skin dazu. Und jetzt die letzte Kiste. Sodass wir dann auch nicht zählen müssen. Einfach easy peasy immer 20 drauf. Let's go. Come on. Hier ist das Knife drin. Hier ist das Knife drin. Come on. Na gut. Aber es ist okay. Es ist wirklich okay. Es ist seltener als Knife. Aber es ist kein Knife. Wir bleiben bei der Horizon. Lass auf jeden Fall ein Like da für die Folge. Würde mich sehr freuen. Und abonniere den Kanal, wenn es noch nicht ein Kanal ist. Auf rein. Tschüss.